halli hallo ihr lieben und happy halloween so ich habe was bei der lieben sandra rettich gesehen was ich ausprobieren musste ich sage euch gleich es ist noch nicht ganz so geworden es war noch ausbaufähig ihr seht hier einen einfachen pappteller mit frischhaltefolie und da habe ich so stein nuggets in silber drumherum gemacht und mische mir das mastercast an wie ihr jetzt seht mit einem uv pigment von choose your 11 es sieht sehr unspektakulär aus sehr weiß sehr durchsichtig aber ihr seht nachher was da für ein knaller dahinter steckt also ich bin mega begeistert von dem pigment ich werde sie euch hier verlinken und sonst findet ihr sie auf instagram ja ich bin heute habe ich noch ein video gemacht es ist halloween ich habe gedacht was passt besser als kleine geister denn es werden geister sieht man jetzt nicht aber es wird aber ich habe jetzt so ich bin noch im hintergrund am rühren und gucken ob es passt von der farbe her weil die farbe dieses uv pigment sehr blass ist und wie das wort schon sagt uv kommt es nachher der aha effekt wie jetzt seht gebe ich hier eine schicht rein bis zu den steinchen ich wusste nicht wie oder was ich hatte mir sandras video zwar angeguckt aber man muss ja erst mal selber herausfinden wie es funktioniert und ich habe das mastercast verwendet wie sandra auch da man das nach drei stunden es darf ja nicht ganz fest werden ich muss ja noch den geist formen und daraufhin ist das mastercast denke ich am besten geeignet zumindest für mich jeder hat so seine art war am besten um formen topfen wie auch immer man das nennen möchte kann und ihr seht das nachher also ich habe es für mein gefühl zu lange stehen lassen ich bin jetzt dahinter kommen wenn ich so drei wir haben hier heizungsluft gerade dreieinhalb drei dreieinhalb stunden ist auch das höchste der gefühle es läuft dann noch das muss ich euch sagen aber es legt sich am besten an na also nicht wundern dass das jetzt hier so läuft wenn es euch zu lange dauert dann einfach weiter scrollen aber jetzt gleich geht es sowieso weiter so jetzt sind die dreieinhalb ich hatte vier stunden gewartet also es war zu lange und ich nehme jetzt die folie und das resin das mastercast von dem teller ihr könnt sehen es ist schon was angehärtet nenne ich es mal für den pappteller weg und habe mir so ein hütchen gebaut so und jetzt kommt der spannende effekt es ist zu hoch es passt nicht es legt sich nicht richtig ran also ihr könnt jetzt sehen ich habe es extra so gelassen ein bisschen schneller gemacht ich mache das hütchen kleiner mein mann hilft mir noch im hintergrund dabei weil es nicht auf den boden kommt und ich habe sämtliche sachen ausprobiert solange es sich ja noch formen lässt so das war immer noch zu hoch nächstes da war mein mann wieder der schneidet das dann für mich kleiner das ist nicht so einfach also da sollte jeder auch rausfinden was für ihn am besten für eine form ist jetzt jede grad wieder nix ist gleich kommt wieder was da und dann lege ich das drüber ich habe zwei gemacht das seht ihr aber gleich erst beim ja das kann man es ausformen denn ich weiß es nicht wie man es nennen soll beim fertigstellen sagen wir es jetzt mal so es ist eine ganz witzige idee ich habe es auch auf instagram schon gesehen aber das video dazu habe ich von der sandra guckt das musst du ausprobieren das ist so witzig was ich hierbei gemacht es sind definitiv zu viel steinchen und meine geister sind etwas fluffig zu dick wenn man so sagen will aber mir gefielen sie echt cool und ich habe nachher noch andere gemacht das könnt ihr auf meinem instagram kanal dann sehen wie die dann aussehen also es wurde besser von mal zu mal aber hier die meine freunde die hatten etwas zu viel halloween süßigkeiten würde ich jetzt mal behaupten ich werde alles auf was ich verwendet habe in der beschreibungsbox in deutsch und englisch verfassen den untertitel wenn ich nicht aktivieren sollte sagt mir bitte bescheid und ja das gefiel mir auch noch nicht also probieren das nächste aus noch war es ja weich das war aber wiederum zu hoch ich hatte so ein becher genommen so ein silikon becher aber wenn ich so jetzt sehe hätte es vielleicht lassen sollen aber gut man lernt raus ne ihr hattet ja irgendwann mal geschrieben dass ihr auch solche videos gerne sehen wollt ich bin mit dem endergebnis sehr zufrieden aber man muss ja auch erst mal wenn man was neues macht erst mal sich da rein fuchsen nenne ich es mal ja und dann zubbel ich das ein bisschen hier und da und ihr müsst aufpassen da seht ihr wieder da ist ja noch weiches bappt die frischhaltefolie direkt im harz fest sehr klebriger angeht und bitte zieht handschuhe dabei an weil es ja noch nicht fest ist und kleben eure finger auch so ist es ja schon ein bisschen ausgehärtet und jetzt zubbel ich halt noch ein bisschen um diese falten vom gewand ja ein bisschen ins rechte licht zurück und das war halt sie waren halt ja ich habe zu spät umgetopft nenne ich es mal ich hätte ich habe ja jetzt diese drei dreieinhalb stunden und da klappt es besser muss ich ganz ehrlich sagen aber das sind erfahrungswerte das müsst ihr auch selber machen ausgehärtet so ihr seht das hütchen kann ich einfach rausnehmen und jetzt zubbel ich mir die frischhaltefolie entschuldigt bitte dass ich ein bisschen aus dem bild bin aber ich musste ja selber gucken die nehme ich jetzt einfach raus es geht nicht alles raus aber ihr seht es nachher nicht ihr könnt vielleicht auch versuchen mit dem sturmvollzeug ist weg zu schmelzen aber so ließ es sich relativ gut entformen je dichter je mehr falten desto schwieriger ist es das kann ich euch schon mit auf den weg geben so und dann zubbeln wir hier und da jetzt kommt gleich die zweite es ist eine super geile idee muss ich ganz ehrlich sagen und es macht richtig viel spaß ich habe jetzt wie viel habe ich ich habe jetzt sechs geisterchen die heute abend hier rum spugen werden so da kommt das nächste dazu will ich dann auch wieder raus also das innenleben das kann man immer wieder verwenden also bei mir zumindest ich habe mit alufolie und einem schnapspinnchen und kreppband habe ich mir das geformt so wie ich es wollte und das klappt halt sehr sehr gut und jetzt zubbel ich auch so und falls ihr euch fragt das pflaster nein ich habe mich nicht am harz verletzt das war das normale küchenmesser so dann zubbeln wir hier und zubbeln da noch also das könnt ihr so wie ihr machen ich habe es extra jetzt laufen lassen damit ihr den prozess auch seht es ist eine kleine pittels arbeit das ist schon richtig aber im endeffekt richtig toll ich male gleich noch mit einem schwarzen edding gesichter drauf auf die geisterchen und dann kommt noch ein video wo ihr den aha effekt sieht also das hänge ich dran so wie ihr seht sie sind etwas fluffig dick geraten mir persönlich gefallen sie aber so sind sie weiß ja so ein cremig milchiges weiß ich finde es richtig cool und jetzt sind wir draußen in der sonne und schaut mal was passiert mein kleiner weißer milchiger geist wird knallrot ich finde es mega dieses pigment ich bin total begeistert jetzt kommt gleich der zweite das habe ich extra ich hatte glück da schien die sonne man kann auch so rausgehen er wechselt auch so die farbe aber je länger man stehen ist es ist ein richtig kräftiges sattes rot ich habe euch ja gleich ein video zusammengestellt toll es ist richtig mega ich bin total begeistert und werde da auch noch mehr mit experimentieren jetzt nicht mit geistern aber mit den pigmenten seht ihr das wie schön was ein tolles rot ist und mir gefallen sie meine kleinen geisterchen muss ich ganz ehrlich sagen meine allerersten die anderen habe ich jetzt natürlich kein video zu gemacht die könnt ihr bei mir im instagram kanal sehen ich finde sie richtig richtig klasse und je länger sie stehen bleiben tut man sie aus der UV wieder raus werden sie halt wieder ja milchig weiß hier sind sie jetzt rosa da habe ich dann noch zusammen geschnitten damit ihr so ein bisschen die falten seht wie es gefallen ist aber für mich es war zu spät aber das ist wahrscheinlich von harz zu harz unterschiedlich da müsst ihr euch selber durch fuchsen sage ich mal so sieht es im dunkeln aus bei ihm jetzt kommt der andere noch mal mit ein paar nahe aufnahmen und dann seht ihr da auch wie er leuchtet und dann habe ich gleich noch wie es schön flackert wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über ein like einen daumen hoch natürlich und ein kommentar sowie ein abo riesig freuen und vielleicht sehen wir uns zum nächsten video und sag euch happy halloween habt ein schönes halloween süßes oder saures bis zum nächsten video eure marion